Willkommen zurück bei Resident Evil 4. So, jetzt gehen wir nochmal hier zum Wegschreien. Boom. Und machen hier das Teil dran. Oh, wie finde ich den nun wieder? Ähm, wo war denn der? Äh. Hier. Ne, das war er nicht. Quatsch. Äh, hä? Wo war denn das? Schatz. Schießstand? Ne, da unten, oder? Da unten war das. Ich muss das doch irgendwo einsetzen. Ah, warte mal, ich muss ja noch diese Dinger verkaufen. Moment. Moment, Moment, Moment. Hat's vergessen. Die Vipern noch verkaufen. Dann kann ich dich begeistern. Genau. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. So geht das nicht. Aber wir entscheiden, was... Äh. Hä? Hä? Ich würd's gern verkaufen. Wofür? Willkommen. Dann geht's nicht. Achso, ich muss das mal drücken. Oh. Oh, jetzt haben wir 10. Oh, jetzt haben wir 10. Was ist denn das? Was haben wir jetzt gekriegt? Was ist das für ein Teil? Laservisier. Uh. Zubehör. Ne, ne, ne. Schon zum anderen. Da. Höhö. Ein Forellenbarsch. Dann stell die Gesundheit wieder her. Machen wir doch. Zack. Aber Handgranaten müssen wir jetzt mal verkaufen, weil so viel bräuch ich nicht. Suche ich mir den ganzen... Küchenmesser auch. Jetzt ist er schon wieder da. So, Handgranaten. Genau. Dann machen wir mal vier weg. Okay. Nee, nee, nee. Ähm. Soldat mit Elektrostab. Ja, komm weg. Handgranate. Kampfmesser. Das lassen wir mal. Da hat der Kristall noch. Stimmt. So. Gewehrmunition. Okay. Jetzt können wir tunen, oder? Ja, jetzt. Auch langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Ich hab nur die verangenehme Reise. So. Nochmal speichern hier. Okay. Sonst gehen wir hier nochmal runter. Woanders. Äh. Ja, hier. Runter. Runter. Da war doch irgendwo das Teil. Das war doch hier, oder nicht? Konnte man doch hier irgendwo einsetzen. Ach. Doch nicht das. Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Wo zum Geier war das? Gott, meine Orientierung, ne? Ich hab das irgendwo einsetzen können. Ich weiß nicht mehr wo. Steinbruch. Wegschreien. Das geht ja nicht. Da, oder? Geh nochmal zurück. Kann ja nicht wahr sein. Oh, Mann. So. Da tue ich nochmal. Die, 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 die. War das hier nicht in der Höhle? Nee, hier geht die Tür auf. Nee. Wo war das? Was ist da hinten? Ah, nee. Da war ja nix. Stimmt ja. Das blöde Ding wieder einsetzen hier. So, hier. Was war da runter? Nee, hier ist auch nix. War das hier? Nee. Hier war auch nix. Okay. Okay. Was war das hier? Kirchentür? Schreibmaschine. War das da unten? Oder hier? Nee, hier ist nur die Schreibmaschine. Da ist auch wieder... Ach, das ist doch... Pfff. Wo war das? Eigentlich noch eine Tür? Nee. Oh Gott, da fehlt auch noch was. Ich weiß es nicht mehr. Händler, Schreibmaschine, Gemeindehaus, Schatz. Ich hab keine Ahnung, wo das war. Also irgendwie... Verschlossene Truhe? Hm. Ich konnte das doch irgendwo einsetzen. Diese Teile hier. Mit einem ungewöhnlichen Muster. Das war doch irgendwo. Bin ich bescheuert? Gibt's doch nicht. Das war doch irgendwo. Wie kommt man eigentlich da runter? Über den See fahren, oder was? Also irgendwo konnte ich das einsetzen. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ich weiß nicht mehr, wo. Wo das war. Nee. Ich bin zu blöd, ey. So, jetzt bin ich wieder hier. Steinbruch. Hier war's auch nicht. Leckomio. Und da ist der Schlüssel. Ja. Das brauch ich aber nicht. Das war irgendwie so eine Platte, oder so. Weiß ich, wie ich's beschreiben soll. Da ist auch nix. Mhm. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. War das hier irgendwo? Ah, nur das Beste vom Besten. Ein Schießstand? Nee. Kann doch mal hingehen. Aber das... Das war nicht hier. Hm. Nee, das war nicht hier. Ich blick's irgendwie nicht. Ich bin zu blöd, ey. Wir gehen jetzt weiter. Jetzt ist Schnauze voll. Ich laufe jetzt da nicht mehr zurück. Ich bin wirklich bekloppt. So. Wir müssen da runter. Da ist das. Oh. Mensch. So, eins fehlt noch. Äh. Da war das Teil. Okay. Wie nur 10. Oh, oh. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Jetzt kommt das Vieh, was? Ich wusste Ich wusste es doch Okay Haben wir es geschafft? Ne ne? Oh je Hallo Guck mal hoch Ich wusste es doch Oh ne Wo denn? Okay Und zack Jawohl Na ob das gut geht Ich weiß nicht Das war nix Oh Ja und? Mein Gott Wo bist du hin? Da Wir haben es geschafft Krass Ich bin unter Wasser oder was? Ne Oder wie? Ne bin ich Boah Ich dachte schon Ah ne Das Buch von ihm Kapitel beendet Jawohl Sehr gut Speichern Zack Gut Und weiter Das ist doch easy Opferlaut Du wirst den heiligen Leib Empfangen Es beginnt Jetzt Schon bald Wirst du unserem Bund beitreten Auf ewig Meinen heiligen Segen Teilen Okay Es war ein Traum Wie immer Was war das für ein gelbes Ding? Oh da läuft Wasser rein Ich glaube wir sinken gleich rein Ach ja Kondo One an Basis Bitte komm Kondo One Du warst drei Stunden nicht zu erreichen Alles okay? Ja Mir geht's gut Kommt nicht wieder vor Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel Verstanden Pass auf dich auf Ende Okay Kapitel 4 Sehr schön Den Schlüssel zur Kirche finden Okay Was ist das? Eine Mütze Was haben wir hier? Schwermesser Oh 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 Okay da ist wieder so ein Ding Okay da ist wieder so ein Ding Küchermesser wieder Ja soll ich jetzt da oder da lang? Toll Ich gehe da lang wo die Stimmen herkommen Weil ich trau mich jetzt was Yang hin Ja Ja Okay Meine Güte. Geh mal hier rein. Da waren wir. Oh. Hier sieht's mir, ne? Doch. Raut. Oh, oh. Das ist ein Schatten. Alter! Was ist das denn? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Feuer, klar. So. Naja, es geht ja noch. Okay, Schießpulver. Was zum Teufel. Ja, was zum Teufel. Was haben die da gemacht? Krank. Jetzt geht's da hoch. Hallo, geh hoch. Oh. Ein Spinel. Okay. Geht's hier weiter? Oh, oh. Oh, wir krachen wir nicht wieder ein hier. Nee, doch nicht. Oh Gott. Jetzt geht's wieder in Dunkelheit weiter. Jetzt sind wir in der Höhle. Oh, oh, oh. Ducken. Okay. Uh. Oh, da kommt was rein, oder was? Ach, du Scheiße. Glauben wir hier weiter. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier. Die beiden Orte untersuchen. Welche? Naja, da bin ich ja schon drüber. Da bin ich schon drüber. Oh, oh. Jetzt kommt wieder was. Da ist doch bestimmt noch was, oder? Alter Wegschreinschlüssel. Sehr schön. Jetzt kommen die Schlüssel, jetzt wo ich keinen brauch. Jetzt kommen sie. Hier sieht das aus. Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Oh Gott. Jawohl. Ein seltenes goldenes Hühnerei. Sich verarschen. Schlüssel für die Kirche. Ja, ich kann das noch dollern, ne? Ach so, ich muss jetzt fahren. Ach du lieber Gott. Äh. Äh. Schlossene Schublade. Ach so, jetzt kann ich da hinfahren. Ach so. Schatz. Dann fahren wir doch gleich da hin, oder? Nein. Ach Gott. Soll sie sich schießen. So lustig. Ach so, die Dinger kann ich auch machen. Ach so. Das ist ja geil. Gehen wir mal da hoch. Ja, jetzt können wir mit dem Auto auch rumfahren. Sehr witzig. So, guten Tag. Ich bin schon wieder hier. So. Zwei Stück. Weg damit. So. Handgranaten haben wir zwei. Das passt. Okay. Hühnerei. Oh. Das lassen wir mal, ne? So. Speichern. Gott. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Resident Evil 4. Und dann fahren wir dorthin. Dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.